Jordan Peele gehört zu den herausragendsten Filmemachern unserer Generation. Mit Get Out hat er Black Horror wieder in den Mainstream gebracht und wir überzeugt vor allem durch die fabelhafte Lupita Nyong'o. Auch wenn wir bei Kritikern nicht so gut ankamen wie sein Erstlingswerk, sprach das Box Office doch für sich. In den letzten Jahren förderte Peele zudem junge schwarze Filmemacher, darunter beispielsweise Nia da Costa, welche den ziemlich guten Candyman unter der Produktion von Peele inszeniert hat. Man darf also mit Fuggenrecht behaupten, Peele hat es geschafft. Für seinen neuen Film No.p hat der Filmemacher ein Budget von 68 Millionen US-Dollar erhalten. Zudem spielen zwei der vielversprechendsten Schauspieler unserer Generation mit. Was No.p wirklich drauf hat, klären wir heute in dieser Filmkritik. Viel Spaß! In No.p folgen wir dem Leben von den Geschwistern O.J. und Emerald Haywood. Die beiden leiten zusammen eine Pferderange, seitdem ihr Vater bei einem mysteriösen Metallregen gestorben ist. Doch die Geschäfte laufen seit seinem Tod nicht sonderlich gut, weshalb O.J. immer wieder Pferde verkaufen muss. Ein beliebter Abnehmer ist Jupiter's Claim, der nahegelegene Cowboy-Freizeitpark, welcher von dem früheren Kinderstar Ricky Drew Park betrieben wird. Park hat jedoch mit einem Trauma aus seiner Vergangenheit zu kämpfen. Als eines Nachts ein Pferd, wie von der Terranze gestochen, panisch von der Ranch wegrennt, entdecken O.J. und Emerald ein mysteriöses Flugobjekt. Sie glauben, ein UFO gesehen zu haben. Mit der Hilfe von Angel, einem Elektronik-Fachgeschäft-Mitarbeiter, wollen sie das UFO mit einer Kamera festhalten. Die Lage wird aber bald schon ungeahnte Ausmaße annehmen. An dieser Stelle will ich jedoch gar nicht mehr verraten, denn No.p ist für mich ein Film, bei dem man lieber vielleicht eine Sache zu wenig wissen sollte, als eine Sache zu viel. No.p lebt nämlich von seinen Überraschungen, wodurch man gar nicht genau weiß, in was für eine Richtung der Film nun schlagen wird. Immer wieder glaubt man, dass man Pier durchschaut hat, doch es ist wirklich diabolisch, wie der Regisseur und Autor des Filmes den Zuschauer um seinen Finger wickelt. Doch lasst uns nun nochmal mit Jordan Peele beschäftigen. Peele kommt ursprünglich aus dem Bereich der Comedy und so fanden sich in Get Out und wir, trotz der gruseligen Atmosphäre, viele Momente, die lustig oder herrlich skurril waren. Ich war aber wirklich überrascht, wie lustig No.p sein möchte. Schließlich wirkten die Trailer relativ ernst. Bei mir hat deswegen, aufgrund meiner Erwartungen, nicht jeder Witz gezündet. Gerade das inflationäre Verwenden von dem Wort No.p hat mich immer wieder aus der Fiktion herausgerissen. Es gibt eine Sequenz, bei der das Wort No.p richtig gut hineinpasst und meiner Meinung nach hätte man es dabei belassen können. Dafür ist die Sequenz, wo eine Gottesanbieterin auf der Kamera sitzt, einfach nur hervorragend. Der Humor leidet für mich zudem darunter, dass viele tonale Wechsel existieren, die für mich zu plötzlich waren. Häufig haben diese Stimmungswechsel mit der Figur von Kiki Palmer zu tun, die fast schon als Comic Relief fungiert. Aus diesen Gründen fand ich ihre Figur zu Beginn unfassbar nervig. Dies beruhigt sich aber im Laufe des Filmes und am Ende konnte ich sie dann doch ganz gut leiden. Ich persönlich konnte mehr mit Daniel Kaluuya mitfühlen, welcher insbesondere zu Beginn deutlich ruhiger und gebrochener auftritt. Kaluuya gehört für mich zu den besten Schauspielern unserer Generation, was er unter anderem in Get Out oder Judas and the Black Messiah untermauert hat. Für letzteren gab es sogar den Oscar als bester Nebendarsteller. In No.p verkörpert Kaluuya O.J., den Bruder von Emerald und ihm merkt man tatsächlich an, wie nah ihm die letzten Monate seit dem Tod seines Vaters gingen. So wächst er innerhalb von No.p stetig über sich hinaus. Brandon Paria als Angel konnte mir ebenso zusagen. Steven Yeun, Oscar nominiert für Minari und vor allem bekannt für den südkoreanischen Burning, emanzipiert sich zudem weiterhin von seiner Rolle als Glenn in The Walking Dead. Immer wenn er auftaucht, ist Yeun hervorragend. Leider ist dies nicht allzu oft. Man kann ihn fast schon herausschneiden, da er für die Haupthandlung kaum bis gar nichts beiträgt. Das ist nicht nur schade, weil Yeun so viel drauf hat. No.p kritisiert sehr subtil Medienkritik und die mediale Ausschlachtung von schrecklichen Tragödien. Dieser Subtext ist aber viel zu subtil, wodurch ihn einen großen Teil der Zuschauerschaft gar nicht erst wahrnehmen wird. Er geht also unter dem Spektakel ein bisschen unter, was zwar aus Unterhaltungsgründen funktioniert, im Nachhinein dann aber schon irgendwie schade ist. Gleichzeitig zeigt das aber auch, dass No.p ein Film ist, der total detailverliebt ist und bei dem man auch in viele Kleinigkeiten viel hineininterpretieren kann. Auch dies ist klassisch Piel. Was mich dafür überrascht hat, war der Horror. So ein richtiger Horrorfilm ist No.p nämlich gar nicht. Es gibt zwar ganz vereinzelte Jumpscares, die sehr gut hineinpassen und nicht überladen wirken, doch Piel konzentriert sich viel mehr auf die Erzeugung von Spannung. Das Ufo selbst taucht nur vereinzelt auf. Dafür sind alle Szenen mit diesem visuell atemberaubend und nervenkitzelnd. Es sind die besten Szenen im Film. Lange hält die Kamera auf den Himmel, wodurch man sich selber dabei ertappt, das Ufo zu suchen, bis es schließlich mit ungeheurer Schnelligkeit auftaucht. No.p kreiert ein völliges Mysterium darum und deswegen möchte ich euch gar nicht mehr vorwegnehmen. Ihr werdet aber überrascht sein. Das kann ich euch garantieren. Vielmehr möchte ich nun dem Mann adeln, der No.p für mich erst zu diesem Kinoereignis gemacht hat. Heute von heute mal. Der Kameramann von unter anderem Interstellar, Tenet, Ad Astra oder Spectre beweist mal wieder, warum er zu den besten Kameraleuten der Welt gehört. Die Inszenierung von No.p ist ein Fest für jeden Kinoliebhaber. Lange, weite Einstellungen, verrückte Kamerafahrten, Shots, die einem nicht mehr aus dem Kopf gehen werden. No.p sucht sich darin, wie hervorragend er inszeniert ist und ganz ehrlich, das darf er. Schließlich mündet diese makellose Inszenierung in einem letzten Drittel, das einfach alles inne hat. Spannung, Inszenierung, Drehbuch, Schauspiel und Atmosphäre werden zu einem perfekten Gesamtergebnis, das Bilder erzeugt, die man nicht mehr vergessen wird. Durch die pure Bildgewalt bekam ich sogar einige Male Gänsehaut. So gut ist es. Ein ganz, ganz kleiner Schönheitsfehler schleicht sich dennoch noch in No.p hinein. Und das hat mit der Brutalität zu tun, denn immer wenn No.p richtig brutal, verstörend und vor allem explizit werden könnte, bricht der Film leider ab. No.p ist also kein Film, der die Gewalt auf einem Silbertablett serviert, sondern er bleibt überraschend zahm. Ich empfinde dies als ziemlich schade, aber ich denke, dass John Peele damit nicht selber zu voyeuristisch wirken möchte. Schließlich kritisiert er genau diese mediale Ausschlachtung. Als schade empfinde ich es trotzdem. Gleichzeitig beweist es nur, dass für Peele der Film und seine Aussage im Fokus steht und eben nicht pure Gewalt. Kommen wir zum Fazit. No.p besitzt Schönheitsfehler, die für mich aber nicht sonderlich belastend sind. Dafür ist die Inszenierung viel zu gut und spätestens das Nervenkitzende Letzte Dritte entschuldigt für die eine oder andere kurze Länge zuvor. No.p ist Spektakel. Spektakel mit Tiefgang, wenn man sich darauf einlassen möchte. Von mir gibt es deswegen 8 von 10 Punkten. No.p ist für mich bei weitem nicht perfekt, doch dieses Letzte Dritte ist genau die Art von Skurrilität, die ich von Jordan Peele erwartet habe. Es sind Momente, an welche ich mich auch am Ende des Jahres noch zurückerinnern werde. No.p? So und jetzt seid ihr in der Reihe. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was eure Meinung zu No.p ist, falls ihr den Film schon gesehen habt. Und hört auch gerne Dienstag in die neue Folge Ein Hauch von Film hinein. Da sprechen Tim und ich sehr wahrscheinlich über No.p und das ist ziemlich ausführlich. Also vielleicht auch mit einem kleinen Spoiler-Part. Falls ihr also Lust habt darauf, dann schaut gerne mal Dienstag in Ein Hauch von Film hinein. Abonniert gerne den Kanal. Wie schon gesagt, schreibt gerne einen Kommentar mit eurer Meinung zum Film. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich wann anders wieder. Und bis dahin. Tschüss. K. Untertitelung. BR 2018